So, liebe Zuschauer, wir sind mittlerweile im Außenbereich, besser gesagt wir stehen vor den Hallen von der Gamescom. Das liegt einfach daran, dass wir so viele Termine hatten, dass wir nicht wirklich Zeit dazu hatten, diese Videos aufzunehmen, deswegen machen wir hier jetzt das als nachträglich. Deswegen habe ich hier auch einen schönen Zettel, alt, vergilbt und feucht. Über Delic hatte ich ja gerade schon berichtet, das war ja auch ein anderes Video. Dann kommen wir jetzt kurz zur Crytek VR-Demo. Wir haben die Möglichkeit bekommen, bei Crytek ins Land der Dinosaurier zu reisen mit einer VR-Brille. Wir sind dabei eine Wand hochgeklettert und haben da unterschiedliche Sachen erlebt. Dinosaurier flogen hin und her und sind, ja, sind halt, wie sagt man so schön, ja, uns entgegen geflogen. Und wir bekamen damit die Möglichkeit, einfach die VR-Brille mal ein bisschen zu testen und es ist schon ziemlich geil. Also kann ich nicht anders sagen, es ist schon ziemlich lustig mit dieser VR-Brille. Ein Kollege von uns, der durfte stehen, ich durfte sitzen und es macht schon den himmelweiten Unterschied, ob man stehen oder sitzen kann mit der VR-Brille. Ich selber war skeptisch, finde es aber ziemlich, ziemlich cool.